Nicht kalt. Und da ist der Nachtwächter. Ne, ich mein, den Laden da. Ne, ich mein, hier ist der Nachtwächter. Ach so. Der Nachtwächter. Nach unten, wo die Strasse dann herkommt, da steht ihm ewig dran, nach vorne, und frügt das Gas. Das frügt der. Fassbar. Dann seht ihr was. Vielleicht seht die Leute dann dein Ding da. Vielleicht seht die Leute dann, äh, der Nachtwächter. Jo, der Nachtwächter. Ja, der Nachtwächter. Ja, der Nachtwächter läuft hier rum, macht halt seine Runde und sowas. Mit guter Klärung. Und da ist dahinter der C. Ja. Grüße Sie, Nachtwächter. Guten Abend. Schöne gute Nacht. Schöne Runde. Ja. Westburg live. Komm schön. Komm mal. Fernsehen. Ja, wir sind hier. Ja, wunderbar, ne. Hat er mich wieder getroffen, ne. Ja. Ja. Und das ist ja, das ist ja, nicht ein Nachtwächter, ein Nachtwächter ist ja leicht, ne. Da kannst du, kannst du mir helfen, da ein Laternen drauf, ne. Ja. Ja. Und da unten da, in der Gäste zwischendurch, da ist die Kernesgasse. Kennt ihr die Kernesgasse? Ja. Kennt ihr die Kernesgasse, ne. Ja. Siehst du, wo auch die benannt worden sind? Ah, der Handwerker kann man nicht so Dienst leisten. Und? Sehr gut. Das sind die Leute, die kein Pferd gehabt haben. Die haben die Karre selber geschoben. Gut. Weil wir haben die Waren da rein. Das ist der Hermes, der Lieferando, ne. Da, da können Sie nachgucken, wenn Sie sehen wollen. Jawohl, da kommen wir nach. Das ist, also da oben ist, das ist mein Name. Ja. Und das ist mein Kanalname. Ah, schauen wir nach, ne. Da sind wir ja, das bin ich, dass ich mit der Kamera, dass ich raus rumläufe, bei Autotreffen bin oder Höhler. Wunderbar, schauen wir hin, ne. Schönen Abend noch mal. Tschau. Viel Spaß noch, ne. Na, sind Sie jetzt da. Wollen Sie auch mal grüßen? Ne, ich wollte mal grüßen, ne. Wollen Sie mal grüßen, könnt ihr es grüßen? Jetzt fällt mir nichts ein, ne. Auch ein Trinksprüchle hätte ich noch. Okay. Heut Nacht habe ich geträumt und bin in einem Tast gefallen. Silvaner, der Besten von allen. Und beim langsamen Versinken rief ich noch nicht helfen. Ja? Ich bin hier ertrinken. Super. Und dann, das ist, äh... Na, das machen wir später, das ist um 10 erst. Ja, das ist halt ein Trompeter. Ja, genau. Nichts am Trinken, oder? Ne, das wäre blöd. Bei den Wikinger ist doch was, als so, wie er medtrinkt, ne. Bei den Wikinger, aber der hat kein Lötchen davon. Ah, gut. Dann, tschau. Gute Runde. Sehr nacht. Sehr nacht. Sehr nacht. Das war ein Nachtmächter. Hahaha. Ja.